Wir müssen mehr Content machen, mehr stinken, mehr Dreck, mehr Leiden, mehr Regen, mehr stinkende Säcke. Jeden Tag Content, jeden verdammten Tag Content im Dreck. Aber ich freue mich trotzdem auf eine richtige Dusche. Heute werden wir komplett beide auf dem Boden hier schlafen. Auf diesem Flughafen wohnen. Das wird richtig geil sein. So, ich habe mich im Schlafsack gelegt und Herr Goldmann, der fängt genau hier auf der Bank. Das wird so richtig geil sein und wir warten bis zum nächsten Morgen früh. Guten Morgen. Es ist halb sieben und wir müssen gleich in den Flieger. Und es war so richtig beschissen gewesen, hier zu schlafen. Es war die ganze Zeit so richtig hell und laut. Es sind ganz viele Leute vorbeigelaufen. So, jetzt sind wir genau hier, wo wir die ganzen Sachen hier drauf platzieren müssen. Ein bisschen Plätzchen. Ja, genau. Jawohl, es beginnt. Wir verlassen die Insel und steigen das Flugzeug ein. Jawohl, es beginnt. Der Flug beginnt. Das war's.